Hey Leute, was geht ab? Heute spiele ich mal ein Tuber of Famine. Ja! Ja! Hier, meine Horde. Und das sind meine Alkohol. Oh, nur 60% steht da unten. Unten steht das. Erst wenn es 100% ist, kann wir spielen. Und das ist ein bisschen. Ja! 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 Was ist denn los? Ja! Ja! Und das hier ist ein Martycimentoikonis, anfangs und den Maus anfangen. Ich失 Ich glaube, dass es lange gedauert hätte, bis wir spielen. Dann kann ich nicht dafür. Ja, oh ja. Das ist so großartig. 6. 7. 8. 11. 11. 12. 14. 15. 15. 16. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.